Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Heute habe ich mal eine Apple Watch im Video und zwar geht es um die Frage, ob man eine Apple Watch wirklich braucht oder ob das Ganze einfach nur eine teure Spielerei ist. Ich habe die Watch jetzt einen Monat im Test. Ich hatte ja für euch schon Videos gemacht über die Armbänder und das Zubehör, was es so gibt. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach auch nochmal ein Video darüber, weil seitdem die erste Watch rauskam, war ich auch schon ziemlich heiß drauf, weil ich bin auch Apple Fan, aber ich habe nie wirklich so den Grund dahinter gesehen, mir so ein Ding anzuschaffen. Das kostet ja so zwischen 300 und 400 Euro. Jetzt hatte ich sie aber da einen Monat schon getragen, jedes Mal dabei gehabt, ob beim Sport, Freizeit oder Arbeit, höchstens beim Schlafen und unter der Dusche habe ich das Ding abgenommen. Und ja, jetzt kann ich euch auf jeden Fall mal erzählen, ob sich das Ganze lohnt oder ob das nur eine teure Spielerei ist. Viel Spaß bei dem Video. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also nachdem ich das Paket erhalten hatte und ausgepackt hatte und die Apple Watch das erste Mal in der Hand halte, ich hatte die vorher auch noch nie gehabt, war das natürlich erstmal ein richtig cooler Eindruck. Eine Uhr mit einem Display drauf und man kann die ganzen Zifferblätter ändern, wie man möchte und richtig viel rumspielen. Also wie gesagt, cooler Eindruck war das. Ich habe das Ganze dann eingerichtet. Mit dem iPhone funktioniert das ziemlich schnell. Man lädt sich einfach diese iWatch App runter und dann kann man das Ganze per Bluetooth koppeln und dann kann man da Zifferblätter runterladen und alles, was man eigentlich will. Man kann da echt richtig viel einstellen. Also da hat man gut was zu spielen. Ich habe dann noch ein, zwei Stunden damit rumgespielt, alles schon mal eingestellt, ausprobiert. Was gibt es, was gibt es nicht. Ja, nach zwei Stunden habe ich dann irgendwie relativ schnell gemerkt, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Ding eigentlich? Es ist ja eigentlich nur eine Uhr. Ja, okay, dachte ich mir, ab in den Alltag damit und mal gucken, wie das Ganze so im Alltag überhaupt funktioniert. Ja, als erstes habe ich die Uhr dann beim Sport natürlich ausprobiert, weil ziemlich viele Funktionen sind ja auch genau darauf ausgelegt. Und was ich auf jeden Fall cool fand, ist, dass da ein Pulsmesser mit bei ist. So konnte man überhaupt mal sehen, wie sein Puls überhaupt ist, sein Ruhepuls eben. Ja, dann bin ich damit auch das erste Mal zum Training gegangen und habe natürlich auch erstmal gar nicht gepeilt, wie das überhaupt alles funktioniert. Natürlich muss man vorher ein Trainingsziel einstellen. Da gibt es verschiedene Rudern und Joggen und was es nicht alles gibt. Bei mir ist das Training besteht aus Boxen und Krafttraining. Und dafür musste ich dann als Trainingsziel Sonstige eingeben. Aber danach zählt er halt auch alles mit. Man hat seinen Kalorienverbrauch. Ich höre zum Beispiel meine Musik übers Handy dann, per Kopfhörer. Und bei mir war es immer ein bisschen nervig, dass ich das Handy immer wieder rausholen musste, um das Lied zu ändern. Das konnte ich jetzt cool über die Watch einfach machen. Da hat man einfach weiter und zurück die Tasten und auch die Lautstärke kann man darüber anpassen. Ja, und noch so zum Sport zählt halt, da steht sie, gibt es. Der sagt ja ein paar Mal am Tag von wegen, ja, steh mal wieder auf, du bist zu wenig aufgestanden diesen Tag. Und man hat noch so eine Atmen-App dabei, die einen halt immer wieder daran erinnert, dass man atmen soll. Eine Minute, die sagt dann dir genau, wann du einatmen sollst und wann du ausatmen sollst. An sich war das schon mal alles ziemlich cool. Hat mich auch richtig begeistert beim ersten Mal. Ich konnte wirklich mal sehen, wie viele Kalorien ich überhaupt beim Training verbrauche. Aber nach einmal war es es dann auch gewesen, weil ich mache eigentlich immer den gleichen Sport. Das heißt, ich kenne die Daten jetzt schon und beim zweiten Mal wird es dann eher schon langweilig. Also das ist dann eher so cool für Leute, die dann immer unterschiedliche Trainings machen. So, kommen wir mal zum zweiten Punkt und das ist bei der Arbeit. Also meine Arbeit besteht eigentlich darin, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen vor dem Laptop. So, da hat mich die Watch dann aber ehrlich gesagt eher gestört, weil wenn ich bei der Arbeit sitze, dann packe ich mein Handy meistens einfach rechts neben den Laptop und packe das meistens auch noch umgedreht, dass ich gar nicht erst abgelenkt werde, sondern nur wenn ich ein bisschen Freizeit zwischendurch habe, checke ich mal kurz mein Handy, ob da irgendwelche Anrufe eingegangen sind oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten und beantworte die dann. Hat man aber die Watch die ganze Zeit ums Handgelenk, vibriert die. Ich habe jetzt zum Beispiel den Ton ausgestellt, bei mir vibriert die nur. Und das lenkt ziemlich schnell von der Arbeit ab, weil du bekommst wirklich jede Benachrichtigung direkt auf die Watch und guckst automatisch drauf. Ja, das ging dann so weit, dass ich die Watch dann bei der Arbeit einfach abgelegt habe, weil mich hat es einfach genervt. Klar, man kann das alles auch wieder ausstellen und so, aber ich hatte es einfach an, weil ich hatte keinen Bock immer nach der Arbeit das Ganze wieder an oder je nachdem vor der Arbeit auszustellen. So, die meiste Zeit nutzt man die Apple Watch natürlich im Alltag. Und da habe ich mir mal so eine kleine Liste gemacht über den Monat hinweg, was mir so positiv aufgefallen ist, Kleinigkeiten, die mir positiv aufgefallen sind und natürlich auch Nachteile. Fangen wir an mit den Vorteilen. Also in manchen Situationen ist es echt cool, dass man direkt mit der Watch einen Anruf entgegennehmen kann und auch telefonieren kann über die Lautsprecher, weil es kommt halt oft vor, dass man die Hände gerade nicht frei hat. Ob das jetzt beim Playstation-Spielen ist oder ob das beim Kochen ist. Manchmal liegt das Handy halt viel weiter weg oder man hat gerade die Hände dreckig oder Sonstiges. Also das finde ich schon in manchen Situationen richtig cool. Auch auf WhatsApp-Nachrichten kann man ziemlich schnell antworten, gerade wenn man jetzt, ja, ich weiß nicht, im Auto darf man das natürlich nicht machen, aber wenn jetzt jemand schreibt, ey, bist du gleich da? Schreibst du, ja klar, das ist einfach so ein kleiner Tastendruck auf der Watch und zack, hast du die Antwort, du musst dein Handy nicht extra nehmen. Was ich auch ziemlich cool fand, das Ganze unterstützt eigentlich alle Streaming-Dienste und sogar YouTube. Ich dachte erst mal, Apple hätte das so gemacht, dass man mit diesem, ja, Bluetooth-Musik eigentlich nur Apple Music verwenden kann. Ist aber gar nicht so. Ich habe zum Beispiel bei mir Prime Music drauf von Amazon und auch das kann man ganz leicht über die Watch einfach steuern. Was mir noch positiv aufgefallen ist, das ist der Akku. Der hält bei mir drei Tage durchgehend, also ich benutze die Watch eigentlich ziemlich oft am Tag, alle Benachrichtigungen kommen drauf, ab und zu telefoniere ich auch damit, also das könnt ihr so als Richtwert nehmen, drei Tage hält ihr auf jeden Fall. Was noch cool ist, was ich aber ehrlich gesagt nicht benutze, Siri, also man kann da auch ganz normal Hey Siri sagen und dann kannst du mit der Uhr sprechen. Ja, kommen wir mal zu den Kleinigkeiten, die mir positiv aufgefallen sind. Was ich cool fand, das ist, wenn man die Apple Watch abnimmt, sperrt die sich direkt. Also man muss vorher schon einen Code ähnlich wie beim Smartphone eingeben und sobald die halt das Handgelenk verlässt, sperrt die sich. Das ist nämlich ganz cool, wenn ihr das Teil mal verlieren solltet oder sonstiges, kommt keiner an eure Daten ran. Was ich auch noch ganz cool fand, ich weiß nicht, ob das überhaupt so viele wissen, wenn ihr das ganze Ding am Strom habt und zum Beispiel mit dem Fuß auf den Boden tritt oder daneben irgendwie so draufhaut, dann geht die Watch an, also die hat irgendwie so ein Messgerät drin, dass die automatisch angeht, wenn man wahrscheinlich vorbeiläuft. Dafür ist es wahrscheinlich da. Finde ich ganz cool, so sieht man immer direkt die Uhrzeit. Dann hat die Watch noch so kleine Funktionen, die mich ziemlich überrascht haben. Ich wusste das eigentlich gar nicht. Man hat zum Beispiel einen kleinen Knopf im Menü und wenn man da drauf drückt, piept das iPhone. Also mir ist das jetzt zweimal vorgekommen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich mein iPhone hingelegt habe. Unter dem Kissen, unter der Decke, ich hatte keinen Bock zu suchen. Dann fiel mir ein, ach, meine Watch hat ja genau so eine Funktion. Ausprobiert, funktioniert super. Ja, dann gibt es noch eine Taschenlampen-Funktion, die habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber ist wahrscheinlich auch ziemlich hilfreich ab und zu, wenn man mal das Schlüsselloch nicht trifft oder so. Dann gibt es noch so eine Wassertropfen-Funktion, nenne ich die jetzt mal. Die schaltet man einfach ein. Das ist, denke mal, dafür da, wenn man die Armbänder wechselt, weil man ja die ganze Zeit aufs Display kommt. Die schaltet man einfach ein und dann ist das Display gesperrt. Nur durch Drehen an der Krone geht das Ganze dann überhaupt erst wieder an. Also das ist schon ziemlich cool. Ja, und was noch geil ist, ist die Kamera-Funktion. Also ihr könnt einfach auf der Watch auf die Kamera klicken und eure iPhone-Kamera geht direkt an. Also so kann man auch super Selfies machen. Man kann da auch in drei Sekunden Abstand nehmen, dass der Dennis das Foto macht. Also da kann man schon recht mitspielen, sagen wir es mal so. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen, die mir im Alltag so aufgefallen sind. Das erste Thema ist das Autofahren. Also beim Autofahren macht man ja genau diese Bewegung, wo die Watch eigentlich auch angeht. Tagsüber stört es halt nicht so sehr, aber wenn man abends fährt, dann nervt es schon, weil man wird abgelenkt, weil da immer irgendwas angeht und man guckt da automatisch halt hin. Man kann natürlich vom Autofahren diese Funktion abstellen, aber wer hat da schon Bock drauf? Ja, was mich noch gestört hat, man muss die ganze Zeit an seinem iPhone das Bluetooth anhaben und normalerweise hält mein Akku mit dem iPhone 7 Plus genau zwei Tage. Jetzt schaffe ich aber noch so anderthalb Tage und das hat mich schon ziemlich gestört, weil meistens lade ich es immer über Nacht auf. So ist es aber schon acht Stunden bevor die Nacht überhaupt anfing, ist der Akku leer gegangen und ja, dann musste ich zwischendurch wieder an den Strom und das hat mich schon ziemlich gestört. Ja, kommen wir mal zum Schluss und der endgültigen Frage, braucht man eine Apple Watch oder nicht? Also ich habe mir zu beantworten zu dieser Frage einfach mal überlegt, wofür benutze ich die Apple Watch noch nach einem Monat? Zum Hauptteil nutze ich die eigentlich nur, um die Uhrzeit abzulesen und mal kurz zu checken, wie viel Grad haben wir es draußen. Das war es dann aber eigentlich auch schon. Klar, das Ganze ist natürlich auch ziemlich gut, wenn man jetzt mal kurz drauf schaut, welche Benachrichtigung ist da gerade reingegangen und da muss man das Handy nicht mehr nehmen, weil es sich halt einfach gar nicht lohnt, darauf zu antworten. Aber selten habe ich das Ganze wirklich zum Telefonieren oder zum Beantworten von WhatsApp-Nachrichten genutzt, weil es einfach zu umständlich war. Dann nehme ich lieber mein Smartphone in die Hand. Ja, das war es eigentlich auch schon. Für was anderes nutze ich die Apple Watch schon gar nicht mehr. Also für mich ist es eigentlich alles nur eine Spielerei, was man nicht wirklich braucht. Also in meinem Fall einfach nur ein teures Spielzeug. Hier muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob ihm das was bringt, was ich gerade alles erzählt habe oder eher nicht. Also ich habe die Watch jetzt auch zwei Tage nicht mehr um und ehrlich gesagt vermissen tue ich sie gar nicht. So, das ist mein Fazit gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Abonnent werden und ich sage mal bis zum nächsten Video. So, das ist mein Fazit gewesen.